Geschäftiges Treiben in der Kirche in Rimbach. Da, wo sonst die Gemeinde den Gottesdienst feiert, vermessen Forscher das Gotteshaus und zwar in 3D. Die hochmoderne Technik haben das Deutsche Institut für Sprache und die Uni Zürich mitgebracht. Die Wissenschaftler wollen das Verhältnis von Sprache und Raum untersuchen. Wir haben irgendwann festgestellt, wenn man das Verhältnis immer nur von Seite der Sprache her angeht, dann wird man dem Raum nicht gerecht. Und deswegen haben wir das Verhältnis im Grunde genommen mal umgedreht. Okay, wir gehen das Verhältnis von Sprache und Raum jetzt mal vom Raum aus an. Um die Wahrnehmung eines Kirchenbesuchers exakt wiederzugeben, kommt auch das Eye-Tracking-Verfahren zum Einsatz. Das analysiert, wo Kirchenbesucher hinschauen. So lässt sich erkennen, welche Objekte im Raum besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es kann ja sein, dass wir jetzt merken, aufgrund der genauen Erfassung, dass es einfach von der Architektur her Sachen gibt, die wir noch gar nicht beachtet haben. Wo wir sagen können, Mensch, den Raum könnte man doch so benutzen, weil er wird so wahrgenommen. Und ich denke mal, da kann man unheimlich viel noch auch als Kirchengemeinde noch mal draus ziehen. Aufmerksamkeit habe ich